Und weiter geht es mit einer neuen Folge GTA 4. Ich hoffe, wir können ein Taxi nehmen. Das hält an. Das hier müsste es leer sein. Okay, Playboy ruft an. Nico, die Scheiße wird dir verdammt. Ich muss dich mit meiner Krippe sehen. Wie geht das große Realistische-Deal? Das Kind hat keine Fische. Er will den Scheiß und Scheiße machen. Es ist ein Memorial für die Unionsarbeit. Sie sterben. Sie sterben. Ich habe größere Probleme. Komm, siehst du mich jetzt. Aber gut, dann machen wir kurz das noch. Verschieben wir da kurz dazwischen. So, nächste Mission. The Holland Play. Motherfucker. Was bist du? Du willst ein Drink? Ah. Man, have a seat, man. All right. Now, I got into this dope game, because it was the only thing that was open to me, man. The only thing, man. Hey, I am not judging. No. Listen. Now, I paid my dues. Now, I learned in a hard school, man. And I changed stuff. You know me. I do this stuff, so I got a chance to do some good in this town. So you say. So I say. So I do. When I get the money, man, I will build parks. I will sponsor kids. I will save lives. But I gotta have the money, man. Is all this... All this, it means nothing if you ain't got the heart, Nico. Amen, brother. I mean, fuck, man. Fuck! The thing is, you know, Jesus, he did some crazy shit, too. I mean, everyone does. He killed people. He killed that John the Baptist cat. He did what he had to. I don't think you're correct about that. Man, the point is, man, history is a long time. And you only got one chance. And Dwayne, man, Dwayne, it's like he thinks it's 1992. And the best that you can hope for is a gold chain and a pager. You know, he looks at me like he wants me dead. I took care of business. I gave him money. But because I won't bow down to him and treat him like he the almighty, motherfucker wants to pop me. Dwayne is a little troubled. He was in prison a long time. Maybe you guys should talk. No, I tried talking. No, I tried giving him half of the business. I tried everything a man could reasonably try and still call himself a man. So what you gonna do? Kill him? Hey, I didn't say that. Man, you cold. I was joking. But what else is there? I mean, Cash been talking. Now I hear things. Said you and me, it's too tight now. Said you disrespected him. Called him mad. He's going crazy. I mean, he's gone. Prison does that. Well, you can't kill him. Nope. But you can. But I don't want to. Neither do I, man. But if he goes insane, we all dead anyway. I mean, Dwayne is a killer. I don't like this conversation. But do you think that I do? But it's kill or be killed out there. You got a lunatic after you? Man, you dumb. Now I will give you a lot of money. Because see me? Now I ain't scared of no one. But if the motherfucker says he's gonna kill me, the motherfucker's gonna die. Man, I'm not sure. I got to think about it. Well, I hope you see some sense. I will be in touch. Ah, ja. Da sollen wir den Train für ihn umlegen, weil der ihn nicht mehr mag. Aber... Nein, das sag ich jetzt noch nicht. Wir fahren erstmal kurz ins Versteck. Weil ich speichern will, damit die Zeit voran schreitet, damit wir unser Interviewtermin kriegen. Die Stadt ist besser als ich. Vielen Dank. Ich habe meinen Streifen total gekillt und muss meine Homepage ändern. Bitte was? Bitte was? Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. 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 Das ist richtig. Jetzt möchte ich hier speichern. So. Augenblick. Wir machen einfach nur mal ins Bett legen, weil ich habe was vor. 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 Ho ho ho. So. Also nehme ich 12 Stunden rum. Oh, Francis ruft an. Was will der denn jetzt? Nico, was ist das, was ich höre über dich mit Patrick McQuarrie jetzt diesen Tag? Er hat Arbeit, und er ist ein guter Mann. Du bist nicht planst auf ihn runter, oder? Lass ihn auf ihn. Für mich. Ich bin nicht planst auf ihn runter. Er ist mein damn Bruder, du Idiot. Packy McQuarrie, Francis McQuarrie. Es ist alles zu machen. Ich wusste Irish Familien waren großartig, aber ich wusste nicht, dass ich einen Bruder in einem Platz wie in Liberty City. Ja, danke der Lord, dass du Packy und nicht meinen anderen Bruder bist. Packy ist nur ein Hood. Aber Gerald ist in ein bisschen verrückt. Und Derrick ist der Schmerz. Wenn dieser Schmerz kommt aus Irland, dann kann ich mich nicht zuständig für was ich mache. Meine Brüder sind nicht gut, Nico. Vertraue mich auf das. Wisst ihr was? Ich und Packy sind zusammen. Vielleicht, wenn du das, was du machst, ist gut, dann will ich nicht gut sein. Ich sollte die anderen McQuarrie treffen. Sei vorsichtig, was du wünschst. Sie sind schade. Applaus Die 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 Mr. Bellic, das ist Karin von Goldberg, Ligner in Scheister. Wir haben uns eine Interview zu darauf bedenken. 12 Uhr dienstags. Geh die Daten. Aber ich möchte jetzt nicht rumfahren und warten. Es ist jetzt einfacher. Und noch einmal. Dann haben wir 6 Uhr morgens und dann kann ich in Ruhe darüber fahren. Weil was war ans 2 Stunden oder 4 Stunden vorher? Geht das auch mit dem Termin? So. Sehr schön. Malorie. Okay. Jetzt komm. Das ist jetzt extremst scheiße mit der anderen Mission. Leider. Das ist gerade... Vielleicht schaffe ich es beides. Ich habe ein Interview in ein paar Stunden, aber ich muss zu der Mission. Verdammt. Ah. Dimitri schreibt uns. Interessant. Nico, ich dachte ich schicke dir dieses Bild. Sieht aus, als checkt dein Kugeln. Ich bin ein bisschen Klammer, dein Freund Dimitri. Oh. Dimitri hat ihn. Wer hätte es erwartet, wenn er Rosen und Geld schuldet? Nein, 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 nein. Mach mal der ganze Interviewparty kaputt. Interviewparty, mein Vorstellungsgespräch. Und man kriegt ja immer wieder Neues, falls man die Zeiten verpasst. Macht überhaupt nichts. aber ist halt nur ärgerlich dass ich gerade dann so gesehen soviel zeitsprung hatte ich hab nicht erwartet dass die mission so früh kommt eigentlich ich hab die später im kopf ich muss aufpassen hier höllisch aber später dass ich in unsere vorfahre so ha munition zwischen sequenz das war viele ich will you on that if you want to walk out of your slav you're going to have to think about how you will pay your debt a friend of mine dimitrii raskolov he would pay a lot of money for your cousin i'll get you the money just not that way hey because get the dice game together okay 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 erwischt so den hätten wir wiedersehen okay 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 alles gut warte mal hab ich nicht granaten einmal zweimal dreimal so 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 nichts erwischt denn da hätten wir noch einen gehabt komm her ganz ehrlich jetzt reicht es mir ja so 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 oh gott ich hoffe ich die aussage gehört habe wo ich diese vision allererste mal gespielt habe das weil ich so oft hier verreckt bin niemand legt sich mit nico beleg an hier und aber wie viele hier einfach in diesem lagerhaus sind Oh, danke Oh, Nico Nico, bist du bescheuert? Alter So, haben wir einfach mal eine Granate eben hier reingepfeffert Okay, es explodiert nicht Wie gehofft Okay, die Granate war echt gut platziert Okay, die Granate war echt gut platziert, muss ich gerade sagen Wow, toller Bug So Nein, da auch So Das ist du, der ist in danger, Bellic Ja, ich weiß, dass ich ein Jobinterview habe So So Der hat mich ja auch erledigt Ich hoffe, ich vergeigse jetzt nicht Wo ist er? Ja, sauber Ich habe schon alles gehabt Ähm Warum kommen die Cops? Ja, immer mit der Ruhe Das ist Abhol Ach, da geht's lang Schnell weg hier Schnell, schnell weg hier Schnell, schnell, schnell weg hier Ich habe keine Lust mehr Auf diese Mission Ich habe es auch schon geschafft, das Auto dann nicht zu zerstören Mit meiner Fahrweise Weil ich so blöd bin und gerade ausgefahren bin Und nicht hier einfach links abgebogen Was ist passiert, Roman? Du hast mich gebetetet, ich gebe dir Geld Wie bist du wieder? Es gibt Cycles, Cousin Du musst verlieren ein wenig Um zu viel zu gewinnen Komm schon, meine Cards waren nicht gut Roman Das Mann wusste Dmitri Er hat mich versucht, zu machen, dich zu geben Ich habe ihn nicht Natürlich nicht Dmitri hat das zu weit Er will dich tot Vohan ist nicht sicher Ich werde das ein Ort in Ogonquin Bist du okay? Ich bin used to taking these beatings, Nico Ich habe es fast erwartet Woher ich gehe, gibt es Leute, die mich töten Menschen, die mich töten Ich werde nie mal Marlory Ich werde nicht mit einer anderen College-Gerl Es ist ein Knopf, die mich überrascht Ein Kloch ist weg Ich glaube, wir werden es nicht mehr rechtzeitig zum Vorstellungsgespräch schaffen Verdammt Es tut mir da unendlich leid Dafür haben wir die Mission Roman gerettet Wir haben die Mission jetzt Roman gerettet Eine gute Sache zumindest gemacht Ich weiß Was werden wir zu tun? Ich weiß nicht Wir werden sterben Ich will nicht sterben Man, nicht so Wie würde ich sterben? Ich habe ein Fremium an mein 100er Birthday Ich weiß nicht Ich bin schade, du kolder Was werden wir zu tun? Ich bin nicht kold Du kold All du kalt ist Revenge Get in deinem eigenen Weg Und all du kalt ist Geld Und gambling auf die Internet Oh Isn't America great? Ich bin in fronte und spielen Mr. Rich Man und get into Debt mit Crooks Okay, ich messed Ich wusste, ich wusste, ich wusste, Sachen herbe OK Ich wusste, ich verstehe Ich wusste, ich wusste, ich wusste wunsch Ich wusste nicht, kein Ort Ich verstehe Oh Mann, was sollen wir tun? Stop sit in front of the computer gambling our money Stop getting into illegal card games Stop Spending all our money Yes Thank you Oh Oh Und stop denken about the Russians Mann, we just need to disappear as far as they're concerned Disappear Okay, okay But I want Frurien and Darko Ich muss wissen, was ist passiert. Gib mir das. Okay, aber lass die Russen allein. Ich war nicht derjenige, in der private Klub. Ich wusste nicht. Ich gebe Kai ein Blut. Okay. 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 Ich werde mich aufziehen. Ich habe ein Gefühltes Gefühl, ich hatte ein bisschen ein Verrückter da hinten. Und Nico. Was? Danke. Ja. Haben wir gemacht. Ich habe das Interview verpennt. Oh Mist. Schön. Ich drücke da mal Pause. Das war's mit dieser Folge GTA 4. Ja. So hatte ich viel geschafft nicht. Wir haben erfahren, dass Playboy Quayne umlegen will. Dass wir das für ihn machen sollen. Aber er muss noch mal darüber nachdenken. Er ruft uns an. Und wir haben Roman aus den Zwängen des Russen befreit. Weil er in deren Privatklub Poker gespielt hat. Oder was auch immer. Supi. Dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.